Geht mir aber heute auch mit Keks, Alter. Bistur und Kugeln sind gut, die nehmen wir. Ja, ich bin mir jetzt hier... Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Das hab ich gehört. Ketzer! Gieß! Ich nehm dich aber mit. Guck mal her, hier. Ich bin hier, um dich zu richten. Nice try. He, he. Ich muss jetzt mal ein bisschen anfangen, taktisch zu spielen, glaub ich, leider. Echt jetzt. Da oben ist einer. Oh, noch mal, Moment. Ach so? Kurz sind also schon oben, sorry. Ah, so wieder da, sorry. Bist du da? Was? Ja! Ich nehm mich grad mal, dass da ein Splicer war. Das war schon perfekt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Super! Super! Wo denn? Ah, jetzt. Wer macht das da schon, ne? Hier hinten wird auch wieder geschossen. Aber wo denn das? Toll. Naja, immerhin bekomme ich ja einen Verwandtskasten, wenn ein so ein Ding kaputt geht. Oh, zweimal filmen ist okay. Nö, halt ich dich nicht. Ich weiß, dass du es bist. Ach du, oh Gott, echt jetzt? Wo ist ihn geflogen? Für so leicht und... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah Kakao, okay, ähm Hey dich Ich bin jetzt hier. Okay. Alles klar, Junge. Ähm. Äh, 2, 2, ja. No. Oh, wait. Das ist schon so strong hier. Ne, 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 ne. Ach, du Scheiße. Ach, du Heiliger. Du lebst noch. Das weiß ich, Lulz. Das ist deine Waffe, nehme ich noch in der Hand gehabt, Gepenner. Uh, Medical Expert 3. Okay, aber da das hier schon mit Suchonges Apartments zu tun hat, glaube ich. Glaube ich, ich sollte mich alles nur noch woanders umsehen. Was sind denn das bitte für Geräusche, Mann? Also, das hier scheint zur Chance Apartments zu sein. Du bist hier oben, du bist da hinten. Okay. Das ist nicht gut. Aua. So lange gebraucht, gerade. Aua. Ja, das war ich schon. Äh, öh. Recht. Hallo. Äh, wait, what? Ähm, wie soll das gehen? Okay, wenn man das mal anders... Okay. Okay. Wo ist das, die Kippel? Nichts, dann. Strange, okay. Aua. Wolltest du mich auch vor Auslachen? Hä, von wo werde ich denn jetzt hier mit Bomben beschossen? Von oben? Ach, von da? Wo bist du denn her? Kommt da noch mehr raus? Würde ich feiern. Komm, gib mir noch ein paar. Freeload. Du weißt, was wir mit einem wie dir tun. Der lebt immer noch? Oh, hey. Der schießt... Ah, das sind wärmesuchende Raketen, ne? Merci. Merci. Na los, na los, na los! Ist da jemand? Hier riecht's echt übel. Ist weg! Weg auf und davon! Wer ist das? Etwa er? Ich glaub, sie ist tot. Ich darf's auch hören zu schicken. Ich glaub, du hast sie runtergeschopst. Finde ich jetzt ein bisschen suboptimal, aber ist okay. So, dann darf ich mich jetzt hier in Ruhe umgucken, ja? Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht in irgendwas reinlaufe, was mich gleich... Oh no, gut. Ey, nein. Erst gucken, dann looten, würd ich sagen, wow. Was für'n fucking creepy Kamera. Wo muss das beteiligt werden? Ich nehm die ganzen Filme, ist gar kein Problem. Ich hab auch in meinem Atelier... Oh, du Scheiße. Okay, Leute. Sonst geht's euch aber gut, ja? Das freut mich doch. Äh, Problem. Das geht nicht. Das funktioniert vorn und hinten nicht. Das... wie... 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 hätte das bitte funktionieren sollen? Okay, also ich lasse jetzt erstmal nach da, dann nach unten. Gerade nach unten. Nochmal gerade nach unten, nach rechts und dann anders. Ja, aber bei dem eben... Ich hatte... mir... mir fehlte einfach eine komplette Komponente da gerade. Das ging nicht. Das war rein logistisch nicht möglich. Obwohl, ich bin aber doch. Oh, Alter, die Geräusche sind ja komplett abartig. Ihr macht das da draußen, ne? Okay, hier kommt theoretisch eine Little Sister raus. Das ist okay. Uh, Verbandskästen. Ich brauch sowieso wieder welche. Hm. 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 Nee, mach das schon. Atlas beobachtet dich. Okay. Okay, noch höher komme ich definitiv nicht. Äh, über die erste Etage kann ich mir hier noch angucken. In der zweiten Etage hier ist Souchant's Apartment. Das muss ja jetzt hier mal gucken, weil hier könnte ja sein, dass hier Leichen durch die gehen. Scharte. Oh, for rent. Ich rennte dir hier auch gleich mal was. Die Frage ist, ob ich eventuell doch jetzt dann erst noch zu der Tauchstation, da muss ich sowieso hin dann wahrscheinlich, ne? Ich gucke mir dann jetzt hier noch die unteren an. Stopp da. Das ist glaube ich. Oh. Das ist auch nicht so cool. Oh. Ja. Oh. 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 Oh, wie! Oh. Oh. Das ist doch nicht so klug. Renn nicht so! Was? Ah, okay. Ich hab gerade schon gehört, dass hier ein Dings drin steht, ein MG. Okay. Ich hab noch nicht genau gesehen, wo... Ach, also, okay. Okay. Also, entweder... Super, okay. Dann gehen wir oben lang. Nun war das so. Dann fahr ich einen nach oben. Oder ist erst egal. Okay, da muss ich da... Da muss ich da... Dann fahr ich noch. Und fertig. Master Hacker!